Du kannst dir sehr gerne, vollkommen kostenlos und unverbindlich, einen Blick in deine Zukunft abholen. Wie das Ganze funktioniert, das werde ich dir heute verraten, nach dem Intro. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Udo Golfmann. Ich bin Hellseher, Engel-Medium, Kartenweger und gerne der spirituelle Coach an deiner Seite. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, gibt es die Möglichkeit, auch die, die mich kennen und es noch nicht hatten, können es auch nutzen, ein kostenloses Erstgespräch zu nutzen. Vollkommen gratis, kostenlos und unverbindlich. Ihr könnt mich kennenlernen. Unter meinem spirituellen Namen Gabriel, das ist mein spiritueller Name tatsächlich, gibt es die Möglichkeit, über das Portal Aschelka das Gratisgespräch zu nutzen. Der Link geht auf meine Homepage. Ihr klickt dort dann auf den Link. Dort könnt ihr euch dann anmelden, in meiner kurzen Anmeldung, und könnt 10 Minuten kostenlos mit mir sprechen, um mich kennenzulernen. Was bringt euch das? Vielleicht möchtet ihr wissen, wie könnt ihr Liebeskummer vermeiden. Vielleicht möchtet ihr wissen, wie könnt ihr berufliche Schwierigkeiten, Probleme vermeiden. Vielleicht möchtet ihr wissen, wie könnt ihr eure besten Chancen nutzen. Vielleicht möchtet ihr mehr Vitalität oder Kraft haben. Oder auch, und das ist was ganz Spannendes, euren Kraft- und Vitalitätscode haben, auch für 2024. Vielleicht wollt ihr einfach eine Engelbohnschaft. Wollt wissen, was die Engel euch zu sagen haben. Oder einfach einen klaren Blick in verschiedene Bereiche eures Lebens. Ein Zukunftsblick, ein klare Zukunftsblick. Sorgt dafür, dass ihr versteht, was die Zukunft bringen kann. Kann dafür sorgen, dass ihr beruflich besser werdet, finanziell eure Möglichkeiten herausholt. Möglichkeiten seht, wie ihr besser wieder in eine Kraft und Vitalität kommt, in bessere Gesundheit kommt. Und natürlich ohne einen Arzt zu ersetzen, das sei dabei gesagt, wie ihr endlich in der Liebe das wichtigste Thema doch überhaupt in der Beratung und definitiv nach wie vor das Hauptthema. Die Liebe. Ganz, ganz wichtiges Thema. Was die Engel für euch tun können. Wie ihr in der Liebe ankommt. Wie treffe ich den richtigen Partner? Ist der Partner, mit dem ich zusammen bin, der Richtige? Komme ich mit meinem Ex wieder zusammen? Wird der Liebeskummer in mir geheilt? Und, 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 und. Die Möglichkeiten sind hier wirklich grenzenlos. Wir können im Grunde genommen in alle Bereiche deines Lebens hineinschauen. Wir können, es gibt keine Grenzen so wirklich. Wir können gucken, was Sache ist. Wir können alles uns anschauen. Ich kenne alle Fragen des Lebens und ich weiß, dass alle Fragen des Lebens wichtig sind für dich, für deine Seele. Und deswegen gibt es diese Möglichkeit, die erste Beratung kostenlos mit mir zu nutzen, damit du einfach weißt, was ist Sache, wie kann ich ankommen, wie kann ich meine Potenziale nutzen und das Beste aus meinem Leben machen. Ich bin täglich für dich erreichbar und vielleicht nutzt du die Gelegenheit. Und ich freue mich schon jetzt auf unser persönliches Gespräch. Liebe und Licht. Udo Kolfmann, Gabriel. Tschüss.